Ja, Tag zum Aussteigerkanal. Ich habe für euch ein Interview mit einem meiner Leute, denen ich ein Traumland gefunden habe mit Ruine. Leider ist der erste Teil des Videos verloren gegangen und meine Freunde befinden sich jetzt wieder in Deutschland und ich kann es auch nicht nachholen, wirklich das Interview. Ich möchte euch aber gerne den zweiten Teil des Interviews mal vorspielen, wo er berichtet, wie alles so gelaufen ist zwischen uns. Vielleicht ist das mal interessant für euch. Ja, also dann viel Spaß. Dann sind wir auf YouTube unter anderem auf den Aussteigerkanal gestoßen und es hat mir gut gefallen. Dann haben wir sie angeschrieben über YouTube und hatten dann unseren ersten Treffen, ich glaube Ende Januar 2020. Haben es so ein, zwei Stunden so ausgetauscht. Unsere Vorstellung, ihre Erfahrungen, wie es alles hier so läuft. Und sind dem Ganzen jetzt, glaube ich, sieben oder acht Mal in Portugal gewesen, bis jetzt Montag, hier am 11. Januar, ist wirklich denn echt so Estratura, so Unterschriften im Kauf kam. Und man muss dazu sagen, halt ja, war nicht umsonst sieben oder acht Mal hier, plus super viel E-Mail-Verkehr, WhatsApp-Verkehr, weil wir die ersten, ich kann es schon gar nicht mehr sagen, vier oder fünf Grundstücke von den offiziellen Webseiten, ich glaube, da ist halt die Idee der Liste oder so, inklusive Makler, immer, ja, Grundstück super, mit Ruine, Baugenehmigung, alles da, gar kein Problem. Wir jedes Mal mal runtergeflogen, Termine, Makler, jedes Mal, ja, alles super schön und ihr kriegt alle Papiere, alles ist okay. Ja, dann hat sich immer wieder herausgestellt, was in mehreren Wochen gedauert hat. Sie hat uns auch mit einem Anwalt, der auch Erfahrung hat, nach Überprüfung der Papiere, immer am Ende des Tages fehlten irgendwelche Papiere oder die Ruinen waren halt illegal, also im Klartext, du bist hier Ausländer, somit bist du hier halt sozusagen der Idiot, den die bescheißen können, übers Ohr hauen können, das interessiert die nicht, die Bohne, inklusive auch die Makleragenturen, auch die renommierten Makleragenturen, ist denen echt scheißegal, Hauptsache die kriegen irgendwie dich in einen Vorkaufsvertrag gedrängt, dass die echt, nach dem Motto, ja, Vorkaufvertrag, um das Grundschirm zu sichern, dass kein anderer, der das wegschnappt, musst du 15, 15, 20 Prozent anzahlen oder sogar am Ende des Tages komplett verkaufen, das ist denen, ja, irgendein Freund, ist kein Witz, ist wirklich so, die Maklerin sagte, ja, ein Freund von mir arbeitet hier beim, ist halt im Amt hier im Bürgermeisterhaus, ich habe gesagt, das letzte Bier kommt und du brauchst auch diese vier bis sechs Papiere, das sind ähnlich einer als wie in Deutschland mit dem Grundbuchamt, da du brauchst halt doch mehrere Papiere, speziell mit Ruinen, wie das Recht haben, wieder aufbauen zu können, zu dürfen, das ist ein bisschen anders hier, ja, und stellte sich raus, dass bei vier, fünf Grundstücken, wie gesagt, wo es immer alles heil herkommt, hoch und heil versprochen, nachdem dann alle Papiere ankamen, das dann entweder, wie jetzt immer illegal war, oder irgendwann kam halt einfach keine Rückmeldung mehr vom Makler, weil der Anwalt immer die Papiere gefordert hatte. Dann haben wir es dann tatsächlich, unglaublicherweise, ich glaube am 15. oder 18. August diesen Jahres einen Grundstück gefunden, wo wir uns dann auch entschieden hatten, und meine Freunde, ich finde es auch in der positiven Situation, dass das Geld für den Grundstückkauf unter Ruine war, hatten wir schon einfach komplett vorrätig da, das heißt, wir mussten noch nicht mal irgendwie in Deutschland oder Gleichen, wo auch immer, oder Portugal, Banktermin, Kreditsicherheit, und konnten direkt sagen, alles klar, mach mal, nehm mal, kauf mal, tu mal. Und unglaublicherweise, obwohl, echt, das war noch so ein Heckmeck und Makler hin und her, und der wollte uns auch wieder verarschen, weil er natürlich, wir haben das Glück gehabt, wir haben versucht, den Preis zu drücken, hatten uns den Preis bestätigt, aber der hat die ganze Zeit immer noch weiteren Leute hingeführt, weil der natürlich an der Makler-Cotage verdient lebt. Er wollte, dass andere Leute zu einem höheren Preis verkaufen, kann man zu einem Teil verstehen, andererseits, wenn man es schriftlich hat, ob es glaubt oder nicht. Wir hatten am 24. Dezember dann erst alle Papiere, alle Einigungen und, 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 kam der Anruf. Es ist alles da, ihr könnt hier 11. Januar runterkommen, Termin, Notar, also es hat sich denn noch vom 15. oder ich weiß nicht mehr genau, 28. August trotzdem noch so lange gezogen, war noch eins, war noch mal hier, und vorher auch musste ein Bankkonto in Portugal eröffnen, weil das Geld muss im Gesetz her von Portugal bezahlt aus werden und die Steuern auch von einem portugiesischen Konto du kannst nicht von Deutschland aus überweisen und so. Und dann muss das Konto, bis die Banken hier, bis du dann eine EC-Karte bekommst mit PIN und so. Die Karte im Konto ging zwar alles PIN einen Tag, eine Woche, nee, ohne Karte, das Konto und Einzahlung, bis ich die EC-Karte bekam, das hat, man wird es nicht glauben, ich glaube, drei oder vier Monate gedauert und das Problem ist, beim Kauf nachher beim Notar musst du die Steuern mit deiner EC-Karte bezahlen. Das ist, was sonst der Notar in Deutschland alles im Vorfeld übernimmt, das ist ja nicht so. Du machst es dann live am Tag und mit diesen Belegen, Ausdrucken, Quittungsbelegen von der Bank, Bankomat, bis dann Finanzamt bezahlt wurde, die gibst du alle dem Notar und ja, dann kann das erst bezahlt werden und das, auch allein das, das Nachhinein ist natürlich nicht schlecht, dass es sogar noch so lange gedauert hat, von August bis Januar, weil es bei uns, glaube ich, bei mir, ja, ich habe die EC-Karte, habe es Oktober, November erst bekommen, gültig, hätte voll gar nicht die Steuern zahlen können. Also es ist echt crazy hier, man muss super aufpassen, es ist echt ein Irrenhaus, Affenhaus hier und die Wartezeit, die Zeit, ist nicht wie in Deutschland gewohnt, ne, zack, straight, elektronisch, Grundbuch, Knopfdruck, sondern da muss hier Zeit, Geduld, Geduld, Zeit und vor allen Dingen das Allerallerwichtigste, Vorsicht walten lassen. Also ohne die Lady, ohne die Hilfe aus dem Aussteigerkanal, wir wären so brutal abgesoffen, wir hätten wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, echt aus, man will ja raus und Vorfreude und klar und hätten uns wahrscheinlich ohne Erfahrung eventuell echt in so einen Scheiß-Vorverkaufs drängen lassen, ich war einmal echt drauf und dran, hätte sie mir nicht und auch der Anwalt mehrmals abgeraten, meine Freundin auch, also alleine hätte es wahrscheinlich gemacht und hätte wahrscheinlich ohne Ende Geld mit Kohle verbrannt und wäre denn mega abgefuckt und dergleichen gewesen, also ich kann echt nur sagen, mega, mega, mega dankbar für die Hilfe, Unterstützung, die Erfahrung, also ohne professionelle Hilfe, Unterstützung oder Erfahrung im Ausland, wenn du das nicht irgendwie bekommst oder hast, ist verdammt schwer, musst du echt aufpassen, da kannst du sowas von auf die Schnauze fallen und Geld verbrennen, also ich holt euch auf jeden Fall Rat, Tat, Beistand und glaubt niemandem so ungefähr, macht euch schlau und so viel ihr könnt, benutzt alle Seilschaften, alle Connection und wie gesagt, die Lady und der Anwalt, also ohne das wären wir 100% baden gegangen, also ich, ja, macht euch schlau und überhaupt, so, das war's von mir, au revoir, ciao, 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 okay, dann danke ich dir und für euch bis zum nächsten Mal, tschüss, 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 Untertitelung des ZDF, 2020